Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokémon Legaten Arceus. Wir wollen uns jetzt mal auf die Suche nach den drei Pokémon begeben. Also eins soll ja in Obsidian-Graslern unterwegs sein. Die Inkarnation der Natur. So, wir werden nochmal abspeichern. Und dann werden wir uns mal kreisförmig umschauen. So, wir werden nochmal abspeichern. So, wir beginnen mit dem dicken Passagieren. Was sind bloß die? Wir werden uns mal hier umschauen. Wo könnte das sein? Versteigungsdämpf Abonnieren Kiel Kiel Am Kiel Hmm. Oh, ich bin der Borei. Demi-Tei-Ros. Demi-Tei-Ros. Da! Okay. Okay. Okay, das ist gar nicht so leicht. Das ist gar nicht so leicht. Geht doch! Warte mal, Griffe? Warte mal, Griffe. Warte mal, Griffe. Okay, da hinten. Warte mal, Griffe. 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 Okay. Warte mal, Griffe. Ja, mein Freund. Die Mete rausgefangen. Gut. Auf die Verzehrung verzichte ich jetzt. Warte mal, dass da mal der Ramanasu-Park entsteht. Gut. Ja dann. Zurück ins Dorf erstmal. Ja. Wie sieht es mit denen aus? 26? 36? 36? Also ich brauche noch ein bisschen. Na dann. Das selbe hier. Ja. Ja dann. Das war's. Es könnte quasi ja überall sein, das ist ja das Problem. Die Wolken da hinten sehen auch nicht gerade einladend aus. Hmm. Aber hier scheint jetzt noch nichts widers zu sein. Die Wolken da hinten sehen. Also wenn es hier nicht ist, kann ich mir glaube ich schon vorstellen, wo es ist. Da muss ich jetzt erstmal hin. Eine beruhigende Musik. Das ist ein Malerei. Das ist ein Malerei. Das ist ein Malerei. Da gibt es eigentlich bloß das Fly Auto, wo es sein kann. Das ist ein Malerei. 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 Hallo, willst du sie bitte jetzt mal fangen lassen? Komm, lass dich fangen. Gut. 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 Aber wo könnte es denn sein? Sun-sign? So. Was bist du? Hm. Was zum? Vielleicht in der versteckten Bucht. Schwer zu sagen. 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 Wo befindet sich das? Es muss ja hier irgendwo sein. Oh, jetzt wirf es. Das interessiert mich ja nicht. Mich interessiert Voltolos. Krampschef. Wo bist du, Brustvieh? Hm. Hm. Wo bist du? 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 Vielen Dank. Gastrodorn. Gastrodorn. Es regnet hier ja ununterbrochen. Aber das, was ich denn suche, finde ich nicht. Ja. Da bist du, denke ich, ist Vieh. Ja. Das war's für heute. das ist ich wollte eigentlich speichern so Dann besiege ich Halt erst. Halt erst Leiter. Und danach besiege ich euch. Hier geht mir gerade so ein bisschen auf den Keks. Hier geht mir gerade so ein bisschen auf den Keks. So, du willst also auf die Arte tue, ja? Na dann halt so. Ich hab Zeit. So lange ich dann Ruhe hab, den Voltolos. Da geht's. Warum nicht gleich so? Ich hab jetzt mal ein Pokémon halt. Da geht's. 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 Okay, wir müssen erstmal einen kleinen Augenblick warten. Da geht's. 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 Ich bin eigentlich auch gleich hier in der Nähe. Jetzt habe ich so lange dafür gebraucht, um das Vieh zu finden. Okay. Geben wir noch Bericht. Und soll es das auch für diese Folge gewesen sein? Aha. Bleibt trotzdem jetzt gleich die Schocksamen, was ich einsetzen. Okay, zurück ins Dorf und soll es das auch erstmal für die Folge gewesen sein. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich auch freuen, wenn ihr zum nächsten wieder mit dabei seid. Wenn es euch gefallen, ein Däumchen wäre natürlich ein Träumchen, würde mich riesig freuen, wenn ihr es noch nicht geteilt habt, auch gerne ein Abo da lassen. Ich werde es dabei aber nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Jetzt kommt ihr ansonsten noch zu einem weiteren Video und rechts wie immer zur Playlist des aktuellen Projektes. Ich wünsche euch jedenfalls noch einen schönen Tag bzw. wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein!